But you wake me up I was just a sleepwalker You wake me up Was just another sleepwalker Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu Let's play die Monster G. Wir sind ausgesperrt. Traurig. Okay. Das ist, das ist ja easy hier. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken erstmal hier nach links. Ach. Milton, Klaus und der Schachtelpeter sind also jetzt so uncool. Sind jetzt uncool geworden. Gibt's jetzt ein Schließfach, Günther? Das Schließfach, Günther ist da. Gibt's ja wohl nicht. Ja komm, gehen wir gleich mal hier hoch. Ah ja, stimmt. Ich brauche jetzt wieder beides. Wir haben ja einen Endbosskampf gehabt. Okay, hier gibt's nichts. Ach ja, halt die Fresse. Da war der Schließfach, Günther. Bäh! Hat mich schon gerade so ein bisschen erschreckt. Der Schließfach, Günther. Ah, guck mal, ein Teil. Lass mich in Ruhe. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Ja, ja, wenn du da genau vor der Tür stehst. Ach, ich lass mich noch alle in Ruhe. Kann ich da nichts für, wenn du da so blöd davor stehst hier. Aua. Zumindest zieht der Günther nichts ab. Der reißt in ja nur die Items aus der Hand. Glücklicherweise. Nehmen wir mit. Das war knapp. Ich weiß zwar nicht, wie lange das Spiel noch ist, aber ich glaube, ich spiele das heute in einer Aufnahmesession durch. Also, falls ihr mir irgendwelche Tipps geben wollt, dann ist das vollkommen fehl am Platze, weil ich das Spiel dann schon durchgespielt habe. Ihr könnt's gerne trotzdem machen. Für die anderen, die da hier irgendwelche Tipps brauchen. So. Hey, wir haben's geschafft. Wir sind jetzt dort. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Eins links und dann das Teil da. Gen oben. Gen vorne. Ne, gen hinten. Das ist gen hinten. So. Na, wieder hat der Günther. Na, schon wieder hat der Günther. Der ist überall. Der hat so ein Aufmerksamkeits-Defi. Relator. Also, ich dachte, das war... Ich hab's gerade verwechselt. Oh, ein Schlitten. Ah ja, Günther. Ist doch gut. Das ist doch gut. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Das schließfach Günther, bekannt aus Funk und Fernsehen. Gut, das vorletzte Teil. Na komm. Und hier muss ja noch irgendwo das letzte sein. Ich höre schon wieder einen Günther. Ah ja, da ist er. Und da ist es. Alright, yeah. Er war schon schwierig, muss man sagen. War enorm schwierig, dieses Level. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Ja. Das Ding kommt mal hier oben hin. Und das hier hin. LOL. Bitte sehr. Gib mir ihr Zeug. Okay, jetzt brauche ich nichts mehr. Jetzt kannst du deine Bonbons wieder behalten. Eine Pause machen. Gut, mach ich. Mir hat das davor irgendwie besser gefallen. Okay. Ja. Hm, wie mache ich das am schlechtesten? Ich glaube... Ja, ich gucke jetzt erstmal hier nach links. Hier ist nichts. Dann gucke ich jetzt hier nach oben. Und dann mache ich dann erstmal das Obergeschoss. Das war die falsche Taste. Geht das hier dann? Ne. Okay, dann mache ich jetzt wirklich erstmal das Obergeschoss. Und dann... Das ist dann strategogatisch besser. Ah, da schließt auch Günther. Hm. Ja, da ist er. Guck mal, was da ist. Ein Teil. Und hier drüben ist noch... Ein Müllton... Müllton. Ein, äh... Klo... Klo-Kabin-Gnom. Keine Ahnung, was ich mir hier für doofe Damen... Doofe Damen... Doofe Namen immer einfallen lasse. Oh, Thunfisch. Na, Günther. Lass mich. Immer dieser Günther. So, jetzt hätten wir das. Wie mache ich jetzt am besten weiter? Ich glaube, ich gehe nach oben, gell? Wenn ich einmal hier bin. So. Guck jetzt nach links. Damit wir das weg haben. Da ist die Puppe. Lass ich aber hier. Weil da kriegt man eh nur Zeug, was wir nicht brauchen. Und das spart dann wertvolle Zeit. Die Geräusche sind echt super. So, hey. Wir haben den Schließfach Günther umgebracht. Er wird aber eh gleich wieder da sein. Sobald wir hier wieder rauskommen. Aha, Hilfe. Gebt mir den Thunfisch. Dann bin ich auch schon wieder weg. Ja, jetzt ist der Günther wieder. Aber der Günther kann nicht mal. Der Günther ist mir komplett da. Kein Günther. So. Und jetzt haben wir das da oben. Jetzt können wir hier gemütlich unten abklappern. und dann noch das Mittelding. Nee, ist der Günther nicht. Da ist der Günther. Äh, ja. Aha. Ähm. Oh. War nicht losgegangen, Kollege. Das war klug von mir. Klug Skywalker. Ein Leben, was ich nicht brauche. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Oh, nee. Jetzt habe ich das. Oh. Ich habe das Schnee-Level vergessen. Egal. Ich mache das jetzt nicht noch. Man geht ja auch gar nicht. Die Puppe mit Absicht liegen lassen, aber das Schnee-Level vergessen. Na, ist auch geil. Naja. Papa kauft neue. Mit deiner Puppe habe ich auch nicht. Bist mir sehr böse. Ja. Ich kriege nur zwei Bonbons, die ich nicht will. Und auch nicht brauche. Äh, nee. Ich kriege drei Bonbons. Okay. Wegen sind es etwas. Hey, ich kriege sogar sechs Bonbons. Hey. Immerhin. Dürfte ich jetzt. Vielen Dank. Hey. Dürfte. Dürfte ich jetzt. Dürfte ich jetzt. Dürfte ich. Dürfte ich jetzt. Der mochte auch keinen Thunfisch. Die mögen ja alle keinen Thunfisch. Noch eine. Ich dachte, wir haben jetzt den Boss von der Anstalt besiegt. Naja, Anstalt. Ach, der Eismann hat sich gefärbt. Na gut. Drei, vier, fünf, se... Fünfe. Okay. Buh wurde von Rennl entführt. Wir müssen Buh retten. Hm. Hilf Sali, Alter. Zurück zur Arbeit. Heißt das Level? Zurück zur Arbeit. Okay. Okay. Dann wollen wir mal zurück zur Arbeit. Dazu gehen wir hier nach links. Dann gehen wir dann nach oben und dann noch ein bisschen weiter nach oben. Das ist ein guter Plan. Hier nach links. Ja. Immer noch nach links. Müsst ihr nicht irgendwo mal ein Teil geben? Ja. Nach links. Dann hier nach oben. Und wir haben es geschafft. Okay, wir haben das, äh, das Schlittenteil nicht. Aber jetzt ist es auch egal. Äh, das ist da unten. Und das kommt dort hinein. Ah, wenn ich nur wüsste... Ja, ich glaube, da wird die letzte Folge halt ein bisschen kürzer. Ich mache jetzt noch das hier. Kopf hoch. Ach, ich kann den Schlitten nochmal finden. Das ist gut. So, wie mache ich das hier am besten? Hier unten? Ja, ich gehe erstmal hier nach unten. Oder? Ne, es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht hier, den Weg zu gehen. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal nach rechts. Um hier nach... Aua. Um hier nach oben zu kommen. So. Und jetzt gehe ich hier nach links. Und nehme das Ding erstmal. Was gibt es denn hier oben, Tolles? Das hier geht nochmal genauso näher. Och, dann geht es ja noch höher. Gut, da werde ich jetzt erstmal das untere nehmen. Okay. Okay, ordentlich ausklügeln. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ich gehe jetzt erstmal hier bis zum Ende. Dann gehe ich zurück bis zu dieser Tür, wo der untere Pfeil gerade ist. Dann mache ich das und dann geht es nach oben. Das hört sich nach einem guten Plan an. Aua. Pfeil. 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 angehalten oder sowas. Ja, es sind keine Türen mehr da. Wenigstens das. So, dann kann man hier nochmal durchgehen. Dann kann man hier nochmal gucken. Was ist hier? Ach, hier unten gibt es dann wieder. Toll. Nur eine Dose. Alles klar. Das heißt, wir können hier hoch. Etage 2. Mhm. Gut, das heißt, ich werde erstmal dieses Ding hier nehmen. Mal gucken, was das für ein Teil ist. Okay, es ist nur eine Dose. Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend hier. Und ich habe auch irgendwie keine Lust, die ganzen Türen und so auszuweichen. Ah, guck mal, der Schlitten. Wenigstens das. Ja, da ist unser erstes Stück. Das kann hier bis zum Ende gehen. Ich brauche ja immer noch ein Bohnenbohnen. Ein Bohnenbohnen. Bohnenbohnen. Hat sich ja gelohnt. Aua. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Lust habe auszuweichen? Noch nie, oder? Sieht man auch gar nicht. Das verschleier ich zum Glück ganz gut. Oh, mein Herz. Und jetzt noch ein bisschen nach oben. Oh, Mann. Hier haben wir alles, gell? Ja, wir müssen nur noch hier oben. Gut. Guti, dann machen wir... Aua. Dann machen wir jetzt hier einmal eine Guckung. Da ist aber nur eine Dose. Da gibt es ein Herz. Ja, wir gehen jetzt hier bis ganz zum Ende. Bis ganz zum Ende. Und danach mache ich auch eine Folgenpause. Selbst wenn... Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt extrem kurz sein wird. Die letzte Woche auch schon nur 16 Minuten. Hilfe. Gut, das ist das Teil. Kann ich hier durch. Und hier links noch das letzte Teil nehmen. Yeah. Gut gemacht. Ja, danke sehr. Vielen Dank, Freund. Dann packe ich das mal hier hin. Dann zeige ich euch dann wenigstens noch das letzte Schlittenabenteuer, wenn wir das vorhin schon... Also, wenn ich das vorhin schon verschusselt habe. Dafür könnt ihr ja nichts. Dass ich das vergessen habe. So, jetzt bleiben uns noch drei Türen übrig. Wir machen hier... Wie heißt dieses Level? Das Türlager. Okay. Hier geht es dann in der nächsten Folge gleich zu Anfang rein. Wir sehen uns dann dort wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.